So, wir üben die Quadratzahlen. Sprecht am besten 25, nicht hoch 2, sondern 25 Quadrat. Ich habe das extra so gemacht, die Gründe und so weiter. Guckt einfach mal hier, hier sind noch Übungsmethoden, weshalb ich das so mache, wie ich es hier tue und nicht anders. Es soll euch ja helfen. Gut, wir fangen dann mal gleich an. Und zwar, die werden alle durcheinander gehen. Und erste Aufgabe, ich spreche sie wieder. Lass eine ganz kurze Pause. Ihr sagt, wenn es geht, ein bisschen eher das Ergebnis. Ihr könnt vorher noch ablesen, später könnt ihr es dann mal ohne machen. Also das Video praktisch wiederholt, ohne zu gucken, nur auf meine Stimme hören und schon geht es los. Auf geht's! 8 Quadrat gleich 64. 0 Quadrat gleich 0. 20 Quadrat gleich 400. 18 Quadrat gleich 324. 19 Quadrat gleich 361. 1 Quadrat gleich 1. 22 Quadrat gleich 484. 1 Quadrat gleich 1. 4 Quadrat gleich 16. 8 Quadrat gleich 64. 6 Quadrat gleich 36. 20 Quadrat gleich 400. 13 Quadrat gleich 169. 3 Quadrat gleich 9. 6 Quadrat gleich 36. 23 Quadrat gleich 529. 24 Quadrat gleich 576. 7 Quadrat gleich 49. 16 Quadrat gleich 256. 18 Quadrat gleich 324. 7 Quadrat gleich 49. 1 Quadrat gleich 1. 9 Quadrat gleich 81. 17 Quadrat gleich 289. 3 Quadrat gleich 9. 3 Quadrat gleich 9. 21 Quadrat gleich 441. 0 Quadrat gleich 0. 12 Quadrat gleich 144. 25 Quadrat gleich 625. 6 Quadrat gleich 36. 25 Quadrat gleich 625. 14 Quadrat gleich 496. 20 Quadrat gleich 400. 5 Quadrat gleich 25. 21 Quadrat gleich 441. 18 Quadrat gleich 324. 8 Quadrat gleich 64. 19 Quadrat gleich 361. 13 Quadrat gleich 169. 13 Quadrat gleich 169. 16 Quadrat gleich 256. 14 Quadrat gleich 196. 23 Quadrat gleich 529. 10 Quadrat gleich 100. 16 Quadrat gleich 256. 8 Quadrat gleich 64. 3 Quadrat gleich 9. 19² gleich 361 0² gleich 0 16² gleich 256 24² gleich 576 8² gleich 64 15² gleich 225 20² gleich 400 19² gleich 361 12² gleich 144 4² gleich 16 18² gleich 324 9² gleich 81 7² gleich 49 14² gleich 196 12² gleich 144 18² gleich 324 1² gleich 1 17² gleich 289 2² gleich 4 11² gleich 121 5² gleich 25 4² gleich 16 4² gleich 16 15² gleich 225 15² gleich 225 23² gleich 529 12² gleich 144 20² gleich 400 4² gleich 16 10² gleich 100 10² gleich 100 22² gleich 484 2² gleich 4 1² gleich 1 12² gleich 144 8² gleich 64 25² gleich 625 27² gleich 25 21² gleich 420 21² gleich 445 25² gleich 440 22² gleich 440 22² gleich 44 82Q 484ти gleich 445 3² gleich 9 100, 16 Quadrat, vielleicht 256, 25 Quadrat, vielleicht 625. Gut, das 1x1 kann man auch üben, beziehungsweise erstmal einstudieren. Dazu kommen jetzt hier zum Schluss nochmal Links, überhaupt über Lernmethoden und so weiter. Das waren jetzt typische Übungsaufgaben, wie gesagt, zum Stillen mitsprechen, also leise mitsprechen, sodass ihr euch hört. Das hilft dreimal so schnell, als wenn ihr es nur für euch hinlest. Naja, das wisst ihr ja schon. Gut, beachtet die Links und dann bis zu den nächsten Videos. Wir werden das noch mit allen anderen möglichen Dingen machen, die man auch so lernen kann. Also, ich wünsche euch was Schönes. Tschüss, tschüss.